Am 4.6.2022 machen wir endlich unsere lang ersehnte Prestige Championships Nummer 2 in der Kolbenschmidt Arena in Heilbronn. Wir erwarten bis zu 5000 Zuschauer auf diesem Event. Es werden Kickboxkämpfe, Boxkämpfe sowie MMA-Kämpfe stattfinden. Natürlich auf dem professionellen höchsten Niveau. Sichert euch die Tickets. Wir sind bereits im Vorverkauf. Ihr könnt sie online sowie auch bei uns schon bereits erwerben. Die Fightcard wird sehr professionell. Wir haben sehr viele Profikämpfer vor Ort, auch internationale Größen. Und auch ich selber werde meinen Comeback geben. Nach drei Jahren Kampfpause werde ich wieder zurück in den Ring steigen und zähle natürlich auf eure Unterstützung. Lasst euch das größte Kampfsport-Event in dieser Region nicht entgehen. 2 1 1 3 2 4